ein ok dass er alle Leute zu Donkikon Katsch Hör auf mit diesem Ton du Nigger wer ist... wer macht diesen Ton? Zoka, wie nen... was sagt man zu einem Nigger der sich aufregt? Kein Fröhre, Rauna Ja der Remco ist dabei Ja aber... Geh doch jetzt runter weh... oh... warte mal So wir haben Null Münzen, aber wir müssen jetzt Wir haben es sogar auf Englisch Wieso spielen wir das auf Englisch? Ja du hast es dein letztes... Ja ich habe keine Lust gehabt, wir werden sowieso nur verählen So ok, wir werden jetzt jetzt mal... Wir sind 20 mal Game Over gegangen Verlassen wir kommen später wieder Ja wir machen uns irgendwann Game Over einfach Irgendwann So jetzt gehen wir auch in Wumble Blast Wenn wir die Leben brauchen Natürlich ne Oh nein Nein, nein Die geile Musik Ja die Musik ist geil Aber wieso ist das Level so scheiße Sehr ruhig Da 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 Wobei die wenn es gar nicht mal so scheiße ne Wobei du bist einfach nur scheiße schlecht Was die da das Lieder ist immer bei Super Smash Bros. Ball Im Universum... äh äh Diesen Story Modus immer gehört Welche Musik? Ja die Brumble Blastik Gut auch in Smash Bros. Ball We Mixed und die kam auch im Story Modus Ich kann mich überhaupt nicht mehr an die Musik Tracks erinnern Und es hat die Stoche Modus extra immer nur wegen dem Lied gespielt Ich hab ehrlich keine Ahnung mehr mit denen Ach deshalb hat sich das Spiel glaube ich auch gut verkauft wegen der Musik Ja die Donkey Kong Country Musik Die wurde ja auch eine Wurde ja auf der Donkey Äh auf Super Smash Bros. gemixt ne Des Dschungel-Hillings Ähm ja Das war das erste Super Smash Bros. hab ich ja auch Nichts blöd ne Heyy Wir haben eine Münze schonmal für Swanky So Alter das ist ja voll das scheiß Level Naja Geh danke ich Es hat nicht fehlt Ich kapier das Level nicht Ich hab auch gehört dass der der die Donkey Kong Country Musik komponiert hat Der auf Alter der Alter von Wear Das heißt bei Retro Studios ist Das heißt man kann es auf geilen Soundtrack bei DKC Topical Freeze freuen Ja Topical Freeze ist bestimmt schon draußen wenn ich das Video hochladen Hehehe Schauper mag die Musik genau wie ich Weil das ist ja einfach ein Muss von Guck mal von 1995 ist das Spiel erschienen Ist das doch geile Musik Und die geile Grafik muss man auch so zugeben ne Ja guck doch immer den Hintergrund an Epik Die Grafik war ja für SNS auch verdammt geil Oh jetzt gehts ab Jetzt gehts hier ab Ja das ist nicht so schwer Ja aber das geht hier ab hier Lol Du kannst nur in eine Richtung eigentlich jetzt mit denen Nachrichts nämlich Jetzt keine Ahnung Ich bin so verwirrt von diesem Level Du kannst nur zurück Ist ja voll die Fahrt hier So Das ist nur eine Möglichkeit Blasen oder mir eine Blasen Blasen oder Blasen Das ist dir die Frage Wobei Geh mal dorthin Du kannst dorthin dann Das war nicht nicht mal so viel Blasen ne Blasen oder Nistblasen Das ist ja die Frage Das ist so ein scheiß Level eigentlich Wir müssen eigentlich dorthin bei diesen Bananen Hallo was macht der K Wie kommt man dorthin Alter Da ist auch was Ich komme es wieder Boah wir müssen ja auch noch die Bonis finden hier Da war eine Banane so dummkopf da war noch irgendwas Ja warte mal Da links Wo wir waren Da muss er jetzt wieder hin Ich glaube da war was Da ist eine Banane Irgendein Dicke Münze oder so Ja Ja Nein Dicke ist da nicht sofort Oh Oh man Junge Ey man das nicht aufhören viel Aber Aber jetzt hört euch mal die Musik an Aber kann er wenigstens nicht sterben Während wir überlegen Hält der Joker die Klappe Und wir hören uns das an Ja aber das sollte schon etwas Unterhaltung sein Die Musik ist schon ein Teil Sagen wir nur Auch ohne Ne manche mögen die Musik ja nicht Na und dann Dann sollen sie sich das doch nicht angucken Wir lieben die Musik halt Und müssen die mit klarkommen Alter Joker Also ist ja eine Massenkonfi ne Joker Das Spiel ist so krank Hast du das grad gespielt Ich spiel das immer noch Ich hab doch gesagt das ist ein Ausrasterpool Aber nicht Ausrasterpool Sondern äh Äh Erschrecken Wieso gehst du hier wieder zurück Du Piss Oh Wir haben ein Wir haben die Bonis vergessen Ja Da kann man glaube ich ruhig Scheiße Man kann da drunter Man kann da drunter oder Ja Boah Der Kopf ist ab Da da ist unten Nein Was spielt hier Okay Wir müssen noch Okay Willkommen Nein Oder Country 2 Und ist ein Scheiß Level Ja hol mich jetzt Natürlich befreit dich Du bist mein Mann Alter Wo sind wir wieder ganz am Anfang oder wie Ja Joker Wir waren doch gar kein Beschiss Beschiss Bis wann hast du gezockt Wir waren noch bei keinem Bis welchem Level hast du gezockt oder wie lange Nicht wirklich viel Ich erinnere mich gar kein bisschen mehr Ich hab so viel gezockt dass ich mich an viele Spiele nicht erinnere Alter Aber ich wusste dass es irgendwie so Horror ist ne Ich mach dir dafür ne Rutze Habe ich es gar nicht so weit geschafft weil mit Handy ist es schwierig zu spielen Was ist denn das für ein Spiel was hier da schaut Dead Space zockt er Let's play Dead Space Schau mir wieder da Das ist ein Horrorspiel Was Dead Space ein Horrorspiel ist hat immer das für ein Shooter oder so Das ist ein Horrorspiel Der dritte Teil ist vielleicht ein Action-Shooter aber Der erste Teil und der zweite Teil war eigentlich Horror So wie er ist in der Evel ist auch ein Horror gewesen das weißt du auch oder Du bist auf einer verlassenen Station Hier Ja Und du da kommen so Dinge ne Monster Da kommst du mutierte was weiß ich was Zombies und so ne Zombies und so ne Zombies und so ne Zombies und so ne Oder wir nennen sie einfach ein Missgeburt Ja warum machst du davon keine let's play Ich hab's doch nur auf dem Handy Wie soll ich auf Handy aufnehmen Alter mit einer Handykamera oder was Guck mal 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 Was machst du Boah Was ich damit Scheiße Ach ja ja das Scorpio LP ist auch mit dabei Ja Ich hab doch gewusst dass hier irgendwas ist Guck mal Drogen Guck mal Heute fast die Klemme der Beurte oder Wunder Hatter bräuchte oder so geil es empfiehlt es ist die queen stars wie ich geburt du mies geburt da ist was okay das ist richtig es geht nach links da links ist bestimmt was oder das ist das glaube ich den entwickler ja da ist was auf 100 male jawohl ich habe einen bonus gefunden ihr habt doch gesagt da ist was gut ja okay der token verlass ich wieder nein alter schlägt mich so aber wir sind wenigstens hier hallo das machen joker und ich jeden tag wenn wir das aufnehmen Prozent der auf jeden Fall ich bin ich habe es auch hat doch gehabt du musst da muss die ziehen nun ich bin ich bin jetzt bei so dass es auch nicht immer sehr dunkel und das ist so ein bisschen was sich was und der schlitten war ich bin der politiker als im Haufen was das ist eine Scheiße das ist jetzt noch zu schützen b und das ist das für ein Wurz aber auch immer ist Prozent 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 Leiterschein ist der Weg gerade der Ruhestes Scheiß-Level ich war jetzt kommt wieder hoch die Beobachtung Ratschleppel das ist das ist ein Scheiß-Level Alter was ist das für ein Scheiß-Level Alter und schlösen und Gott und auf das ist ein mit nichts Bedeutung Quốc die Basis die ab Mönnen die die gleichzeitig was ich bin ja auch ich bin ja nicht so ein paar doch ich kann sich 2 im Multiplayer Modus doch ein Joker ist die ich bin Dixie und wenn Dixie stirbt eventuell ist ja dann bin ich dran weil ich bin ja Dixie und ich bin Dixie oder Bordepaar aber nicht mehr hier gerade Donkey Kong Country 2 also wird er wird Musiker Produzent Musiker blablabla alles Kopie hat blablabla schweiß er ist scheiße Prozent Prozent hätte ich komme ich da weiter Wart mal ein Wartmann keine Ahnung das ist beschissen da komme ich sicher nicht weiter 5 da glaube ich wie wie komme ich dort hin ja er war gerade also der Pfeil ja habe ich doch gesagt was das tun Leute halte ich jetzt mal die Fresse klar egal ob du das blästig das ist nicht gut wir sollen die Fresse halten 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 das war falsch ne wir sollen die Fresse halten habt ihr das gehört ja das hat sie den jetzt mal nein Scherz schütteln ja so das ist der richtige Weg war heute ich hab 20 Tonnen ja noch mal ihr habt noch zu als er in der Mauer das wird ließ woher er sich ab stattdessen so geht jetzt immer wenigstens auf deutsch stellen ja okay das stimmt auch wieder mal gucken wie viele haben wir können jetzt Wohrnachsfarmen wir können jetzt Wohrnachs holen und dann gehen wir durch die Fotzen Löffel Löffel 9 Deutsch wieso habe ich es nicht auf Deutsch gemacht nein wie scheiße guck mal wer da ist ja ich bin ich scheiße ne scheiß auf den weiter schaffte Filio ich hab mir so Bienen Franky beleidige mal Elia du bist Cranky das weißt du schon nein du bist Cranky ey 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 sollte Cranky Kong heißen und Elia hör auf den Space zu zocken sonst schlage ich dich mit meinem Stock Caro nein mit dem Cock nicht mit dem Stock Joker macht die Stimme von der Oma immer so geil mach mal nochmal die Oma Stimme mit dem türkischen Gandalf Zepter ha 9 mit so einem K Fick dich Fick die Henne Open State Legg mich aber auch Neu 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 Stellung vor die Ocken mit diesen einen Zauberstau wir haben keine Münzen du Depp ich war mal mal gucken weil meistens nehmt und fang hier jemanden umsonst mit ich doch du mal aus hohen und hohen Halt die Frise gebastert Wer hat die Konversation verlassen wei nicht ich egal Remco glaub ich Remco ic nicht mehrerer also das Spiel ist geil Welches Spiel? DKC 2, ne? Oh, nein. Das bringt einfach die Atmosphäre, ne? Ja. Zu zweit macht das Spiel irgendwie mehr Spaß auch. Jungs. Ja? Na? Joker, du hast T-Space ein bisschen gezockt. Das kannst du wirklich nicht sehen, weil es ist einfach nur... Mann, ich hab... Schreibt hier, ey. Ich kenne zum Beispiel den Anfang. Ich hab ja Schiss. Ich bin... Ich wirklich... Ich hab von gar nicht Schiss, gell? Aber... Ich weiß vielleicht auch was. Schau mal nach. WTF. Da ist ein Bonus. Ne, das war kein Bonus, sondern eher ein Digger. Also ne, Abkürzung. LOL. What the fuck? Wie ist es gerade so ein... So ein Fass ist gerade so kaputt bei mir. Ja, Schwarz PC geht wieder. LOL, Alter. Ja, ist schlecht. Ja, was soll die Scheiße? LOL, Alter. Hast du es gerade gesehen, wie sie das Skelett hat? So eine Rotze. Rotzlöffel, Alter. Rotzlöffel. Hör mal hin, geht es überhaupt hier. ROTZLÖVEL. Tsch. Halt's Maul. Was war das? Die hält gar nicht unser Maul bei unseren Netzplayern. Ja, aber ich würde kommentieren. Scheiße, ey, 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 wir let's playen in einem Video drei Games. Ne, also ihr, ne, zwei, ich meine, ich, ich rede gerade über this face. Wir müssen jetzt irgendwie, wir müssen jetzt bei Ding, ne, zum Bonus, du weißt ja, wo der Bonus ist. Ja. Ey, Joker, wir machen mal ein Video, gell. Ne, passt nicht, das war der falsche Weg. Joker, ich habe eine Idee für das Let's Play. Pass auf, wir machen. Winnie Pooh, guck mal. Nein. Winnie Pooh, du Hunter. Ich denke, das ist Hunter. Nein, was machst du? Ich denke, das ist Hunter. Was machst du, Fireman? Bist du scheiße oder so? Ey, Alter, was ist das? Du bist scheiße. Du bist scheiße, immer noch. Du bist scheiße. Geht doch, Junge. Ey. Geh nach links, du. Nach links, nicht nach rechts. Alter, ist hier gerade Joker's Parodie vor mir. Hallo? Liebes Mann. Was machst du, Junge? Du hast kein Timingsgefühl. Jetzt ruf ich dir mal dran. Jawohl. Mach du mal lieber. Nee, du kannst auch fliegen, Alter. Drecksniger. Hier, nehmt. Jetzt gibt es keinen Kommen mehr. Viel Spaß. Das war ein Rotze. Das weißt du ja, wir haben es ja so knapp geschafft. Hallo, überleg doch mal, wo ich langgegangen bin, du Depp. Hallo, was macht das, Depp? Hast du doch. Ich bin Schickratz, Schickratz, Bautian, Joshua. Mach das. Joker wird da durch Famer. Scheiße, Nigger. Stirbader, Mann. Okay, wie komme ich hier durch? Nach links, ne, mein Freund. Geh doch schnell, Junge. Wir haben keine Zeit mehr. Du Dummkopf, Alter. Du gehst immer in dieselbe Fester. Ich bin nicht dumm. Ich bin nur ein bisschen aus der Form geraten. Nee, ich bin nicht dumm. Ich bin nur unterbelichtet. Du bist dumm, du bist scheiße, dumm. Ja, mach du. Ich dachte, ich bin üniger. Bist du auch. Neu, Dick, sie ist aus dem Fass geklitten. Boah, mach Geld zum Bonus, du bist zu scheiße. Bist du dumm, da bin ich mir das nur ein. Das hier safe, mach. Du büllst mich nicht ein. Mach. Safe? Nein. Bist du safe, du Pisser. Komm, Ritzschirpen, wollen wir doch ein Leben noch. So, du bist Kind hier. Dann hier. Du scheiß nirg. Dann hier. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Dann wieder. Dann wieder. Dann wieder. So, hier geht's lang, mein Güte. Das kannst du doch nicht bringen. Nur. Was war denn hier? Wie. Ich war schützlich, wenn du so schenkenkst. Oh. Und die. Das war doch leicht. Wie. Ja. 4 und 3. Ich habe schon Wort erpackt. Es gibt noch 18 oder? Oder wie. Jetzt wird's noch rotzeln. So, dein Scheiß-Rotzer heiratet den doch. Ja. Mach ich. Rotschlöwel. Der Rotzblöwel. Ja, da war. Jetzt kommt die Kranke Scheiße. No, du Romo. jeder unter die darunter glittscht durch die Sportlichkeitssport Leiter heul nicht kein Seel du besser was besser macht besser macht besser machen Probezermacht über das ist der Bonus gemacht und ich sag ja die Kredite zu speichern so Bonus schon gemacht haben ist mit dem Bonus wenigstens nicht mehr machen so sehe ich Joke Bitterdung oder Tustmusung andere hat mich nicht aber erst hat vergessen selbst zu machen da hier muss sie direkt bei Rotzümer macht wo ich muss sie auch wegen dir jetzt ein Sechstet machen und vom Kopf lassen jetzt auch ein Sechstet machen was selbst die Verkurs Eben Boah lol Dicci sitzt hier verbockt lol Egal Ne nicht egal Wir hören die ja noch Sei froh Was meinst du? Boah ich glaube ich weiß wo es lang geht Ja aber ich nicht Was machst du da? Ich geh zurück Was ist dein Problem Junge? Was hast du für eine Rotze? Da unten ist doch was Glaub ich Da unten Ne da geht es nicht mal lang Du willst mich verarschen Geh doch da runter Ja hier ist doch was Hier war doch die abgezogen Scheiße Boah das hat's toll gebracht Ja ja guck Jetzt sind wir hier Und sind jetzt hier mein Freund Hä? Na so ok Noch 8 mit Ich meine noch 8 Bananen Dann haben wir wieder ein Leben Echt? Haben wir Wie viele Bananen haben wir? Ja noch 8 Was ist das so ein Hey da waren wir noch gar nicht 4 3 Beschiss Geh da schnell hoch Oh noch eine Banane Komm Komm die Banane kriegen wir locker Ok die kriegt man eigentlich sogar noch Die kann man hier gar nicht sterben Man kann hier gar nicht sterben Ich meinst du wo es lang geht? Jawoll Ein Leben Und die Scheißmelde Die kommt jetzt einfach In den Mittelport Ich check echt nicht Wohin mal drücken Hä? Nein du Depp Du dumm Kopf Was denn? Du behindertes Stück Scheiße man Redest du über mich? Nein Nein Wir haben heute ein Film Über das Dritte Reich geguckt Du dummest Stück Scheiße man Einmal in Schnauze Ich will was reden Wir haben heute Ein Film über das Dritte Reich geguckt Und da hat man gezeigt Wie Juden also verbrannt wurden Und so ein Jude Kleine Juden Jungen Den nannten man schwul Robin Nein Da kommt so ein deutsches Kind So ein Juden Na wie heißt du? Mein Name ist schwul Schwul Ja Alter du feier du kannst gar nicht so ein Stück Scheiße machen Alter 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 Du bist scheiße In Physik hat unser gesagt und der Lehrer sagt Mach jetzt mach gescheit Jungen Ja keine Juden Und so ist und Der Lehrer hat dann Der Lehrer hat dann gesagt Die Einheit heißt Jungen Du hast nur Scheiße Und die ganze Klasse hat gesagt Stadion Juden Juden verstanden 10 Newton 10 10 Was er macht Newton durch Das hatten wir schon in der Sippen Das leckt voll Ja wegen dir Weil du so dumm bist Wegen deiner Mutter leckt das Deine Mutter leckt Das hat mich gehört Jawoll Ja du leckst Ja Du dreckst Nöger Ja Fürs Nöger Bei mir sind die Feste kaputt Alter Joker wir Wir haben so ein Gespräch gehabt Wir kosten drauf was zu machen Jawoll Wir sind im Halbzeitfass Jawoll Hol mich Hol mich Wie aus ich war es erst entversteckt Wie Boah Jetzt kann man sterben endlich Aber wir sind wenigstens im Halbzeitfass Und das heißt wir sind in der AfD Ne weißt du Nö Das ist ein Ballon Hol dich schnell Nein Hol du hin Du kannst ihn doch nicht Nein Ich kick ihn nicht mehr Oh 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 Loll Boah Ist das ein Hä Boah Oh 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 Das ist jetzt eine große Warte mal Oh Was ist das Oh Ja Station close Okay was Oh yeah Oh yeah Oh Ja komm Oh jetzt soll er auch No Du homo Oh ich hab Angst zu springen Ich hab Angst zu springen Nein du musst du hoch und flühen von oder Oh 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 Leute Keine 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 Ich mach's Sobatten Sert Seid 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 Hüft Nien Lüchel Mo Reis Durch die Höhle Ich mache es Seid Einmal war das ich muss auch noch ein machen wird der jetzt kann man sich speichern einstieg ab dass wir jetzt sagt sie macht selbst das schon ein gemacht wenn es auch jetzt nicht das ganze Leben das war er erkennt ich will nicht wirklich bis alle alle erstes 6 die Zeit die Stelle wollen er will er mit dem Ort amal die jährlich heißt sie werden in der freilich in den europäischen die immer das eine es ist eigentlich keine bei uns hallo wir haben es recht so richtig 6 wo ich jetzt ein Herz ich bin jetzt bestätig ich bin hier dann gekauft und da ist der da kommt ein nieder und jetzt für mich in den gingen in den gingen in den wohnen als die tue haben wir müssen die neuen er hat mich nicht als er gehört der Krono ab ab st die Köln schädigte dabei das ist möglich ist das hier Uuuu Woher ich Gegee Du Hast's schick gemacht Mach ich? Wie lang hat's denn bei dir gedauert? Mit den Senden Ja doch Ich hab gegeeetet, Ulle Ich hab die Gegeeetet, Ulle Na okay, wen ich... NEIN Du Huren Uuu Ich hab gegeeetet, Ulle Jetzt geht's nicht mehr Pfff, bischiss Hey everybody Du dein scheiß bischiss Boah, das ist bischiss Joah 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 Pfff So, erst mal warten Ne, ne Warte erst mal, bis es jetzt Der Zeitpunkt ist So Joah 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 noch nicht ernsthaft sie wollen nicht nein wir haben schon genug gemacht die Zoll nicht noch nicht ein so oben steht und auch mal weil ich spiele nicht mehr als jetzt mal 8 alle wieder an zu müssen mal gar nicht einfach die Maschinen das alle aufmachen kann jetzt ab die tollen in die Mühle muss in die Euro wo es ist das ist und auch mal den Glitz mit der Biene die Scheiße die Bienen jetzt Sorge nach oben das ist so behindert dass ich da ein Wieser mit der Macht aber das wird zum Beispiel die Kürze und ich habe das ist für die Gruppe So ne... Boah das wird jetzt erstmal ne Rotze. So senden. Mein Skype ist offen und da steht Benny is online. LOL! Was machst du? Nix. Ey man! Ey, wach! Komm, Alter. Wir haben es geschafft, wenigstens den Glitch. Boah, ich will doch nur diesen Worn abmahnen. Ich opfer mein Leben hier für einen Worn abmahnen. So, ja, komm mit zu machen. Das Spiel auch, okay. Wegen deiner Ausrasten. Wir wollen aber bestimmt noch Dekatje 3 machen, oder? I have you upgraded, but who? Oder Joker? Juhu, 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 Juhu. Ich weiß nicht, ob wenn das Spiel auch genauso krank ist. Nein! Oh, komm, ich hol den Bonob! Oh, lol! Ja, 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 ja! Sieg! 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 Aber wir sind dort zum Gestorben. Ja, nein, brauchen nicht Lagen! Doch, wir bekommen doch... Nee, wir brauchen... Wir wollen doch das Leben behalten, oder nicht? Ohne, dass wir das Leben verlieren. So. Lade. Boah! Hast du den Sieg aber gesehen? Wir haben endlich den Ballon erreicht. Mein Vater ist gerade beim Handball-Spiel gucken, und ich konnte nicht mit, deshalb dachte ich, ich würde schon mal spielen. Und dann wieder noch was. Remco! Hm? Kannst du uns Fams machen? Nein, nein, du! Ja! Komm, geht er hoch! Ja, ich wollte nur das... Danke, dass du uns Fams machen, Remco! Fams macht immer meistens der Remco, und ich bin mein... Nein, ich bin nicht, ich habe Angst. Und ich habe auch Angst. Frau, ihr wisst, wir fühlen mit einer Leiter. Hey, hast du uns auf PC, ja? Ja! Kannst du mir schicken? Was denn? Das Spiel? Ich habe doch gerade keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was zogst du denn? Die Space? Ja, kann man das nicht spielen? Das ist das heißt Dance Space. Das kostet dann viel. Das kostet zwar nicht immer Szene auf. Das kostet 10 Euro. Das heißt Dance Space und nicht Dance Space. Das kostet dann viel. Mach hier bitte ein Save. Nein, wir machen keinen Sinn. Das heißt Dance Space und nicht Die Space. Nein, das heißt Dance Space. Nein, das heißt Dance Space. Okay, dann würde ich die Fischmasse tun. Dann würde ich die Fischmasse tun. Das ist mit Doppel-D-E geschrieben. Das nie doch. So, jetzt bauen wir überhaupt keine eigentlich. So, hier entlang. Boah, jetzt hab ich so eine Angst. Da, die Banane führen uns den Weg eigentlich. Ja, aber was mit dem Bogen? Alle leise, klar. Alle leise. So, die Bananen führen uns den Weg einfach. Schnauze. Wir halten nicht unsere Schnauze im Let's Play. Das wäre auch dämlich. Da ist die DK Münze. Da kommt man so nicht hoch. Man muss nur weh drum. Weh, du bistet. Wir nehmen zum Let's Play auf. Die Man��active. Boah, ich hab' nochmal gestaunt. Und wenn das ganze... ...der ganze Bahn gesagt war, da ist mehr. So war da wohnt, äh, leutig bei dem Liegenheim. und nicht kommen die Monster nachts zu dir unter deinem Bett wenn du morgen neue Kleidersachen anziehst wenn du Cornflakes isst nein, wenn du morgen in den Schrank guckst da ist noch eine Banane da ist noch eine Banane da ist noch eine Banane die führt uns zur da ja, ich werde zu dicker mit dem Zeug blöck mich, blöck mich, siehst du ja, ach, ich mach auch safe Alter, was ist das für eine Weile? Google mal Dead Space nein, ich weiß ich nicht bin im Spiel na, dafür haben wir ihn selbst gemacht okay, ich schreibe gern, ich schreibe gern, ich schreibe auch, wie das heißt, ich hab eine Kasse selber angucken, aber ich weiß, es ist auch nicht unbekannt ist das wirklich ein Schlimm-Joker, der da rummacht wie so ein Affen wie die die Kong fick dich lol was meinst du? fick dich also, guck mal, Elia sagt, das ist schlimm, du hast es ja selbst gespielt, das ist schlimm es ist schlimm soll ich das mal letztes Player war, hat mich drauf kein Spiel doch, das ist kein Geld für Spiele auszugeben ja, voll unnötig okay, warte mal, okay, 5 Euro, ich nenne es ganz kurz mit Sprebs auf und schickt hier Fahrt nee, meine Eltern kommen gleich lol wo es uns zu wissen, dass es jetzt geschützt ich glaube, hier irgendwo gibt es ja auch noch die du weißt schon was oder? das Kondom hey, gib mal den 6, hey, bada, gib den 6, hey, sonst fige ich deine m Joka, Nol warte, 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 ich kenne immer, ne Gummis da ging es nämlich irgendwo runter ne, ich weiß, gut, da wollen wir hin da genau hier wie soll man da runter? jetzt, wo wir ein, die Bälle, dann zurück weißt du, wie scheiße getimt das sein muss, also ich muss timen ich habe jetzt alle schnauze halten da muss ich jetzt konzentriert das ist neuro cdu okay drei seins schnauze schnauze ja okay wir haben es geschafft übertreibt nicht da ist sie da bist du du nigger wir haben sie egal lass uns sterben nicht schlägt auch immer durch abend ist er da mal hätte kommt gleich kommt geht geht aber ich habe dir wir machen kein 60 komm weiter wir machen nicht nach jelts ja was du musst im video annehmen so ich habe ich bin 4 und getragen das ist scheiße einfach das ist die erste logische Erklärung das ist ein bisschen ja doch auch mit dem Fliegen also ist das was der Scheiße bist das besser ich hab's auch besser gemacht und Schnauze um um und der Erste dann ist er wieder und zauberst du immer zu müssen zum Dunkelbild Schnauze bevor sie sich an einen Scheibenklopfen zum vorabisch holen ich wohne mit ersten hallo die Zorniskaner war und wenn du auch klettern vielleicht hilft Spider-Man in den oder es kommt noch nicht und täglich wie hat ein let's player namens neus nlpm das hingekriegt oder andere das hingekriegt hat er keine namen erwähnen junge nein aber wie hat er das hingekriegt aufzunehmen dass sonyx warum was was daran merkt man nicht da ist was wir brauchen ich will sagen was daran so besonders da will ich jetzt da muss das ist so besonders also die ex aufzunehmen ja was dann besonders meine ich ja der feier ist dumm das ist genau so wie ich mich selbst wenn ich meine ich bin der meinte von von der gruseligkeit oder von der aufnahme her auch auf ich habe es aufnimmt und nicht einfach im täglichen zu uns geht oder vor allem so längst ist weil er den internet ist so scheiße ich hab ich hab gesteuert bei der bescheidung dies wie start dort eine oma wie starten auch ich muss wie starten das heißt part beendet sharp bis Rot jetzt es